Donau 3FM präsentiert Schwerberlin Hills, Sightseam im Ländle. Susi Kleindopf wohnt seit ihrer Geburt in Westerstetten und hat's nie weggeschafft. Nein, und ich würde niemals weggehen, gar nie nicht. Schon der Weg zur Arbeit, ich lauf quasi nur über die Straße zur Arbeit, dann ruft der Stemgarten, hallo, guten Morgen. Ja, wer ist schon der Leu? Ihr gehört Westerstättens Hotspot, der Friseursalon Struffelpeter. Bald öffnet die Zweigstelle Wunderwerk. Das gibt ein Haus der Schönheit und wir spezialisieren uns zusätzlich auch für Chemopatienten. Wir geben den Menschen einfach in Westerstetten die Würde wieder zurück. In Form von Perücken und viel mehr. Der Bürgermeister der Gemeinde heißt Alexander Burke und ist Engländer. Er hat sich aber gut eingelebt. Baden-Württemberger sind ja nicht dafür bekannt, dass sie direkt auf einen zugehen. Aber sobald man sich einbringt, wird man auch akzeptiert und herzlich auch aufgenommen. Wie halt die Schwäbe so sind, ich hätte viel schwätzen, aber was man sagt, das passt dann schon. Schwer Valley Hills, Sightseeing im Ländle, nur bei Donau 3FM.